Ja, ja, ja. Okay, okay. Du machst die Einleitung. Ich wollte es auch gerade sagen. Weiß ich. Mano. Wir sind doch eigentlich total blöd, ne? Immer der, der zuerst sagt, dass der andere das machen soll. Jedes Mal hören wir darauf. Das ist doch dumm. Soll ich mich jetzt weigern, oder was? Nee. Nee, nee, fang mal an. Das ist doch gut. Na gut. Bist du bereit? Ich nicht. Okay, dann warten wir noch ein bisschen. Hallo zusammen. Wie ihr seht, sitzen wir nebeneinander. Ganz in echt. Und, ja, drehen endlich wieder wirklich zusammen. Ich freue mich total. Ich finde es auch gut. Und, ja, wir starten in das neue Jahr quasi mit dem Lesemonat Januar. Ich weiß gar nicht, war es ja schon Februar jetzt. Was ist hier denn da? Aber wir reden über den Lesemonat Januar. Richtig. Das erste Mal reden wir über das neue Jahr, über unser neues Lesejahr. Und, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht in echt. Ich finde es total gut, dass ich mich jetzt nicht die ganze Zeit dabei beobachten kann, wie ich rede. Stimmt, das finde ich auch ganz irritierend. Das finde ich gerade, ne? Voll. Furchtbar. Man achtet immer darauf, wie man aussieht gerade. Ja, und ob jede Haarsträhne irgendwie richtig sitzt. Ja. Nachher denkst du beim Schneiden so, was ist denn das da überhaupt? Aber dann ist es zu spät. Genau, ja. Nee, schon cool. Also, wir haben es wieder geschafft. Das heißt, es gibt jetzt im Februar Videos in Rio. In Rio. Genau. Wie viele Bücher hast du denn gelesen im Januar? Ich habe... Fünf. Das fängt gut an. Gut vorbereitet. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Vier Bücher gelesen und eins gehört. Sehr gut. Ja. Ich habe vier gelesen. Ja. Wie viele Seiten waren es? Bei mir waren... Sag du mal erst. Ich muss mir eben erst meine Erkoste... Ich musste es mir merken. 1385 Seiten waren es. Und ich habe dieses Mal zum ersten Mal mehr. Ich habe 1474. Wow. Sehr gut. Ja, ich bin selbst ganz überrascht. Das Buch ist aber auch sehr dick. Ja. Aber... Ja, wobei das wirkt nur so. Das ist eigentlich genauso dick. Ja? Ja. Ja. Eigentlich müsste man sagen, wie viele Wörter man gelesen hat. Glaube ich. Das wäre, glaube ich, viel aussagekräftiger als Seiten. Ja. Nein. Wahrscheinlich. Ist auch egal. Ach ja. Letztendlich ist es ja auch kein Wettkampf, ne? Aber ich bin trotzdem überrascht. Nee, man hat auch gar nicht das Gefühl, dass es... Nein, es überrascht mich wirklich, weil mein Januar super arbeitsintensiv war und ich hätte nie gedacht, dass ich doch noch so viele Bücher beenden kann. Ich bin auch bei mir ganz überrascht, weil bei mir ja diesen Monat ja auch, äh, letzten Monat ja auch Abgabemonat war quasi. Aber... Ja. War ganz gut. Ja. Das ist die neue Motivation für dieses Jahr wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So richtig Motivation ins Jahr gestartet und so ab Februar geht es dann jetzt so... Ja, ich bin auch immer im Januar total motiviert, alles so organisatorisch voll ordentlich zu machen und mir neue Systeme auszudenken und neue Sachen einzuführen und mir vorzunehmen, dass ich alles das ganze Jahr über ganz ordentlich nachhalten werde und meine Buchhaltung immer monatlich mache und dann nimmt das rapide ab. Ja. Vielleicht klappt das im Februar dann auch und dann so auf März spätestens. Spätestens im März. Naja. Was soll's. Genau. Wir nutzen jetzt einfach diese Januar-Motivation aus und stellen euch unsere Bücher mal vor. Du fängst an. Ja. Also das erste muss ich einblenden, weil das ein E-Book war. Und zwar habe ich zu... Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich habe zu Weihnachten das Harry Potter Theater in Hamburg geschenkt bekommen. Konnte mich... Du kannst das auch in... Ich hab's auf Englisch da stehen. Ach, gucke mal. Das ist doch super. So besser als einzig denn. Ja. Dann halte ich... Das ist ja auch das gleiche Cover wie im Deutschen. Genau. Und ich habe mir nämlich dann vor dem Theaterstück überlegt. Es ist ewig her, dass ich das gelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Und deswegen wollte ich das unbedingt vorher nochmal lesen. Wenn ich mich völlig unvorbereitet da reingehe. Ja. Und das ist ja von J.K. Rowling, John Tiffany und Jack Thorne und übersetzt von Klaus Fritz, Anja Hansen-Schmidt, Ruth Deni und Johannes Deni und im Carlsen Verlag erschienen. Also da haben sehr viele Leute dran mitgewirkt. Musste das so schnell gehen, weißt du das? Oder... Ich hab keine Ahnung. War das einfach, weil das so theaterstückmäßig ist? Ich könnte mir vorstellen, wegen der Theateradaption, dass da einfach mehrere Spezialisten nochmal drauf geguckt haben. Aber was da hinter den Kulissen abgelaufen ist, keine Ahnung. Musste bestimmt auch schnell gehen, weil... Bestimmt. Weil das ist so schnell. Ja, genau. Also ich denke mal nicht, dass ich spoilere, wenn ich sage, worum es geht, oder? Keine Ahnung. Wenn ich euch jetzt sage, es geht um Harrys Sohn Albus und um Dracos Sohn Scorpius, dann spoilere ich wahrscheinlich die allerwenigsten. Du musst ja nicht sagen, wer die Mütter sind. Genau, das tue ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall geht es hier darum, es herrscht das Gerücht, dass Voldemort wohl ein Kind hat. What? Ja. Genau. Und deswegen ist der Titel auch In the Cursed Child oder Das verwunschene Kind. Ja, und vielmehr verrate ich jetzt auch nicht zum Inhalt. Ich wollte jetzt eigentlich auch vielmehr auf das Theaterstück in Hamburg eingehen. Das war nämlich... Das war der Kracher. Ich kann echt gar nicht beschreiben, wie toll das war, dieses Theater. Das war so, als wäre man live bei einem absolut professionellen Filmdreh dabei. Voll cool. Das war einfach... Also von der Schauspielerleistung gigantisch, vom Bühnenbild gigantisch. Also, ja. Ich kam aus der Schwärmerei nicht mehr raus danach, als wir da waren. Echt. Das war richtig, richtig cool. Und das Ding ist ja, dass dieses Theaterstück eigentlich in zwei Teilen aufgeführt wird. Das heißt, wir waren um 13 Uhr, glaube ich, schon da. Und um 14.30 Uhr ging das mit dem ersten Teil los. Dann ging das, ich glaube, ein bisschen über eine Stunde. Dann hatte man 15 Minuten Pause. Dann ging es nochmal weiter für etwas über eine Stunde. Und dann war sogar eine große Pause dazwischen, wo man drei Stunden Zeit hatte, dann was zu essen, was zu trinken und so. Und danach ging es halt weiter, nochmal, gleich lang. Also einen ganzen Tag nur Harry Potter. Ja, wir waren bis Viertel vor elf da. Cool. Und es war Hammer. Man kann sich da sehr gut mitreißen lassen. Das Problem ist, oder was schade ist, finde ich, dass das ab Februar halt nur noch in einem Teil aufgeführt wird. Nicht mehr in zwei. Kürzen die das dann? Ja. Oh. Genau. Und deswegen hatte meine Mutter mir das auch zu Weihnachten geschenkt, weil sie sagte, jetzt ist quasi die letzte Chance, das noch so in zwei Teilen zu nehmen. Ah, das wusste ich gar nicht. Krass. Boah. Blöd. Ja. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben. Das glaube ich. Also das war eine super tolle Erfahrung. Wir hatten dann auch noch ein Wochenende in Hamburg mit dazu. Also war richtig schön. Echt toll. Cool. So fing der Januar richtig gut an bei mir. Das war, die Lesemotivation war also quasi... Die war da, auf jeden Fall. Ja. Schön. Mhm. Okay. Du hattest alles erzählt, was du erzählen wolltest? Ja. Dann mache ich weiter mit dem Lesezirkelbuch, was wir zusammen gelesen haben. Und 200 Augen von Samantha Schweblin bei Ruhrkamp. Surkamp. Bei Surkamp erschienen und übersetzt von Marianne Geist. Und es geht hier um Kentuckys. Kentuckys sind eine sensationelle Weltneuheit auf dem Markt. Und das sind so kleine Plüschtiere, die quasi ferngesteuert werden können. Und die können entweder aussehen wie auf dem Cover wie Pandas oder wie Kaninchen, wie Krähen, wie Drachen. Und es funktioniert so, dass eine Partei sich quasi so ein Kentucky ins Haus holt, den kauft und zu Hause in Betrieb nimmt. Und dann kann eine andere Partei den steuern, irgendwo auf der Welt. Und das Besondere daran ist halt, dass die quasi zufällig zusammengewürfelt werden. Man weiß also, wenn man sich so ein Kentucky holt, nicht, wer am anderen Ende sitzt, wer das steuert. Und die Partei, die steuert, weiß auch nicht, wo sie landet. Und die können auch nicht so richtig miteinander kommunizieren, weil der Kentucky halt nicht sprechen kann. Oder auch nicht irgendwie ein Bildschirm hat, wo irgendwelche Nachrichten drauf erscheinen würden. Der kann halt nur irgendwelche Laute von sich geben und rumfahren, laufen, was auch immer. Und er kann nur hören, was die andere Partei in dem Haushalt, in dem er ist, sagt. Ja, und daraus entsteht dann halt eine ziemlich spannende Geschichte. Wir verfolgen hier auch verschiedene Parteien überall auf der Welt. Ein paar aus der Sichtweise der steuernden Leute und ein paar aus der Sicht der Leute, die die Kentucky's im Haushalt rumfahren haben. Und ja, es wird halt so ein bisschen kritisch beäugt und gezeigt, was das ist und was das alles so mit sich bringt. Und wie schnell man vergisst, was man sich da ins Haus holt. Und dass man auch sehr schnell vergisst, dass da tatsächlich echte Menschen am anderen Ende sitzen, denen man da einen Blick ins Privatleben gewährt. Und ja. 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 Das war auch gruselig teilweise. Ja, es ist teilweise gruselig. Ich fand es sehr realitätsnah. Ich glaube, dass das viel tatsächlich so ablaufen würde. Ja, es war nicht so unvorstellbar. Genau. Wie man so am Anfang dachte so, ach nee, sowas würde es ja bestimmt niemals geben. Ja. Aber wenn man mal genau darüber nachdenkt, ist zum Beispiel ja Instagram schon so ein Ansatz davon. Ja klar, diese ganzen Insta-Stories, die ganzen Influencer, die einem ja alles aus ihrem Alltag zeigen. Oder zumindest einen großen Teil. Ich glaube, das ist nochmal ein bisschen was anderes, weil die ja bewusst entscheiden, was die hochladen. Und wenn du so ein Ding rumfahren hast, dann zeigst du halt alles. Aber es ist... Aber super abwegig ist es in unserer heutigen Welt, finde ich absolut nicht mehr. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. Und was natürlich auch interessant ist, ist, dass die alle sehr, sehr schnell anfangen, doch irgendwie einen Weg finden zu wollen, miteinander zu kommunizieren und rausfinden zu wollen, wer die anderen Personen da sind, mit denen man ja irgendwie das Leben teilt. Und also diese ganzen Geschichten, die hier gezeigt wurden, waren alle eher Negativbeispiele, würde ich sagen. Ja, ja. Das zeigt so auf, was alles so schief gehen kann irgendwie, würde ich sagen. Aber sag mal, wie hat es dir denn gefallen? Also ich fand es richtig gut. Ich hatte ein bisschen das Problem, dass dadurch, dass man halt diese ganzen vielen verschiedenen Personen verfolgt, am Anfang so immer wieder das Gleiche hatte. Man hat also bei jedem irgendwie mitgekriegt, wie es eingeschaltet wurde, wie es angefangen hat, wie die alle irgendwie erstmal damit einen Struggle hatten, das zu bedienen und so. Von daher hat sich der Anfang für mich ein bisschen gezogen, aber dann, als das so angefangen hat, fand ich die alle echt fesselnd und war auch total gespannt, wohin die einzelnen Geschichten führen. Also ich habe es echt gerne gelesen und ich fand es eine super Idee, super umgesetzt. Ja. Ja, man hatte das Gefühl, die hätten ruhig noch viel, viel intensiver erzählen können und länger erzählen können, weil es ist auch gar nicht so super lang, ne? Nee, es ist nicht. Also keine 300 Seiten, 250 sind es nur. Es hätte, ja, hätte noch länger sein können, für mein Empfinden. Ja, finde ich auch. Ich weiß nicht, ob es dann nicht noch gruseliger geworden wäre, weil man sich noch mehr in die Charaktere hätte reinversetzen können, wenn die Geschichten länger gewesen wären. Ja, vielleicht war es auch ganz gut, dass es so kurz war. Ja, ja. Also es war auf jeden Fall eine coole Wahl für den Lesezirkel, weil wir es dann natürlich in großer Runde besprochen haben und es uns super viel Diskussions- und Gesprächsstoff liefert, ne? Und so Spinnerei. Was hätten wir selber gemacht, ne? Wären wir selber lieber diejenigen gewesen, die es gesteuert hätten oder die sich so ein Tier nach Hause geholt hätten? Und das ist, es ist schon alles ziemlich cool. Ja. Ja. Ja, von daher, also. Eine Leseempfehlung. Kann ich auf jeden Fall, ja. Würde ich so unterschreiben. Ja. Ja, cool. Ich sehe schon, dass da als nächstes Lied. Ja. Ich habe es geschafft. Ich habe den zweiten Band gelesen, der Phileasson-Saga von Bernhard Hennen und Robert Corbus, nämlich Himmelsturm. Juhu. Nicht Himmelsturm. Ich finde das lustig, dass man diesen Titel auf zwei Art und Weisen lesen kann. Himmelsturm oder Himmelsturm. Stimmt. Nein, es ist der Himmelsturm. Das Ganze ist erschienen bei Heine und ich habe Band 1 letztes Jahr im Januar gelesen. Stimmt. Das soll jetzt sein. Ja. Ja, und deswegen hatte ich auch ein bisschen Probleme, hier wieder reinzukommen. Es gibt viele Charaktere. Das ist High Fantasy. Da wird eine komplett neue Welt aufgebaut. Und natürlich wusste ich nicht mehr alles, was da so passiert ist. Aber ich bin wieder reingekommen und habe Aslai, Phileasson und Björn den Blender auf ihrer zweiten Aufgabe begleitet. Sehr gut. Die machen nämlich eine Wettfahrt rund um den Kontinent Aventurien, weil sie beide gerne König der Meere genannt werden wollen. Die wollen sich diesen Titel quasi verdienen. Es erinnert mich übrigens voll an One Piece. Hast du One Piece geguckt? Nein. Nein. Der will ja auch der König der Piraten werden. Auf jeden Fall sind wir immer noch im Norden des Kontinents. Deswegen ist es nach wie vor sehr kalt. Hast du dir also wieder die richtige Jahreszeit ausgesucht? Ich mag das ja. Ja, also andere sagen, lies das doch im Sommer, damit wir ein bisschen kelt haben sind. Ja, ich habe dir das letztens gesagt. Aber nö, ist schon ganz gut so. Also es passt zur Atmosphäre. Ich mag ja auch Schnee und Eis, aber es ist zwischenzeitlich wirklich kalt in diesem Buch. In Band 2 wurden die Charaktere nochmal vertieft, was ich ganz gut fand. Und es wurden auch Geheimnisse teilweise aufgedeckt. Neue Geheimnisse kamen dazu, wo ich jetzt natürlich neugierig darauf bin, was es damit so auf sich hat. Deswegen sollte man das auch einfach nicht zu lange ruhen lassen, weil sonst hat man ja wieder vergessen, was diese Geheimnisse waren und ist dann gar nicht so überrascht und gespannt darauf, was da kommt. Tja, das ist immer der Struggle mit so Serien und Zeilen und so, ne? Ja, genau. Das Setting fand ich auch wieder sehr, sehr toll, weil sie hier halt den Himmelsturm erkunden und der Himmelsturm ist gefühlt so groß wie 50 Paläste zusammen. Das war, ja. Und da komme ich dann auch direkt zu meinem Kritikpunkt und zwar fand ich, dass hier extrem viele Beschreibungen drin waren. Von Orten und so. Ja, klar, weil natürlich alles da drin sehr genau beschrieben wurde und teilweise dann auch so ein bisschen die Spannung geraubt hat. Also wenn es dann gerade mal ein bisschen spannender, ein bisschen schneller wurde und dann kamen dazwischendurch wieder so Beschreibungen. Ich dachte so, erzähl doch einfach, was da passiert jetzt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, genau. Das hat mich dann manchmal so ein bisschen verlangsamt im Lesen. Mhm. Trotzdem fand ich, war das wieder ein sehr gelungenes Abenteuer, was ich gerne verfolgt habe. Ja, fand Band 1 bisher ein bisschen stärker. Okay. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Kann gut sein. Und liest du jetzt schneller weiter als beim letzten Mal oder wartest du jetzt wieder ein Jahr? Na, ich habe jetzt eigentlich vor, ich habe ja Throne of Glass auch noch angefangen als Reihe. Ja. Und da darf ich ja jetzt auch nicht zu lange mit warten. Nein. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte eigentlich ganz gerne jeden Monat eine Reihe weiterlesen. Immer abwechselnd. Okay. Das finde ich eigentlich eine ganz kluge Vorgehensweise. Das wäre der Plan. Ja. Wie das dann mit der Umsetzung aussieht, gucken wir mal. Ja. Wir gehen wir in zwei Monaten nochmal miteinander. Ich wäre übrigens total neugierig, wer von den beiden hier welche Teile geschrieben hat. Das lässt sich bestimmt rausfinden. Weil ich hatte nämlich das Gefühl, der Phileason-Teil, der hat sich immer so ein bisschen gezogen. Da hatte ich immer ein bisschen mehr Schwierigkeiten reinzukommen. Okay. Und bei Björn, der Blender und dem Prolog, den fand ich super flüssig zu lesen. Und da würde mich einfach mal interessieren, liegt es daran, dass das von den unterschiedlichen Autoren ist? Möglich, ne? Oder haben, also ich weiß ja auch nicht, wie sie sich das aufgeteilt haben hier. Aber es liegt ja nahe, dass man sowas so aufteilt irgendwie, ne? Ja, schon. Aber das kann man bestimmt ergoogeln. Ja. Aber hat hier der Bernhard Henn nicht irgendwie sowas mit Zwerken geschrieben auch? Ja, so eine Elfen, hier die Elfenreihe. Die steht hier hinten auch drin. Die Elfen, Elfenwinter, Elfenlicht und Elfenkönigin heißt die. Das ist ja fast das gleiche Zwerg. Tja. Aber Robert Corbus hat, glaube ich, auch mehrere. Bestimmt. Guck mal, Drachenelfen. Ja, guck mal, der hat viel über Elfen geschrieben. Ja, ja. Ja. Ja, hier kommen übrigens auch Elfen vor. Ganz viel. Cool. Ja. Mag ich. Ich mag Elfen auch. Ich mag die Elfen. Ich mag auch Faye. Das ist ja so ähnlich wie Elfen. Das ist ein bisschen lustig, weil irgendwie habe ich, glaube ich, noch kein Buch gelesen, wo Faye drin vorkam. Ich mach mal weiter. Also. Hast du wohl. Fräulein ist klar. Ja. Ja, es wird auch in Band 1 erwähnt. Ja. Ja. Siehst du, du solltest schnell weitermachen, damit das nicht alles irgendwann wieder weg ist. Ich befürchte auch. Okay. Okay. Ich mach weiter mit dem nächsten, das ich im Januar gelesen habe, ein englisches Buch und ein blaues Buch, wie bei meiner Bokopoli-Aufgabe. Möchte ich kurz erwähnen. Und zwar Archer's Voice von Mia Sheridan und bei Forever Romance erschienen. Und es ist, wie man vielleicht schon vermutet, oder wieder auch groß drauf steht, sehe ich gerade, eine Love Story. Genau, hier steht drauf, one of the top 100 Romance-Novels of all time on Goodreads. Große Worte. Große Worte. Nix dahinter. Ja. Also, die waren nett. Ich würde jetzt aber nicht sagen, one of the top 100, keine Ahnung. Also. Es geht auf jeden Fall um. Ist aber gut für Werbung. Ja, auf jeden Fall. Es geht um, wie heißt die nochmal? Brie. Brie ist auf... Hast du schon wieder was gegen den Namen, oder was? Nee, ich musste nur gerade lachen, weil so lange ist es ja nicht her, dass du es gelesen hast. Das stimmt, aber es ist aus der Ich-Perspektive gestiegen. Ach so, deswegen. Das weiß ich immer nicht. Ich dachte gerade so, das hat ja richtig Eindruck auf dich gemacht. Mit Namen habe ich es meistens nicht so. Also, Brie hat was relativ Traumatisches erlebt, bevor diese Geschichte einsetzt und hat sich dann entschieden, mal von zu Hause wegzukommen und macht deshalb so eine Art Roadtrip und landet dann in einem kleinen Städtchen, in dem sie sich eine Wohnung mietet und einen Job in einem Café sucht, um einfach da mal anzukommen. Sie weiß noch nicht, wie lange sie da so bleiben will. Und fühlt sich in dieser Stadt aber ganz wohl und trifft dann irgendwann plötzlich auf Archer. Und Archer ist ein bisschen der Außenseiter der Stadt, weil er kann nämlich nicht sprechen. Er hatte in seiner Kindheit einen ziemlich schlimmen Unfall, bei dem ihm seine Stimmbänder zerstört wurden. Deswegen kann er nicht sprechen, er kann aber hören. Aber das hat ihn halt so ein bisschen zum Außenseiter gemacht, weil alle anderen in der Stadt sich nicht so richtig bemühen, ihn zu integrieren. Und er ist so der grummelige Außenseitertyp, keine Ahnung was. Und Brie ist ihm aber, weil sie das natürlich nicht weiß, total offen gegenüber. Und die beiden treffen sich dann zufällig und sind natürlich sofort aneinander interessiert. Und das Coole ist, dass ihr Vater taub war und sie deshalb Zeichensprache kann und deshalb mit ihm kommunizieren kann. Ganz einfach. Und ja, da entwickelt sich dann halt eine interessante, spannende Liebesgeschichte raus. Und ich fand es ganz nett. Man liest das alles aus Brie's Perspektive, aber man hat halt so Rückblicke aus Archers Perspektive, was in seiner Kindheit passiert ist. Und wie es zu diesem Unfall kam. Und es wird alles so aufgearbeitet. Und die helfen sich dann gegenseitig, so ihre Traumata zu überwinden und so. Und ja. Das klingt auch eigentlich ganz süß. Das ist auch süß. Was ich ganz nett fand, war, dass Archer nicht so dieser typische starke, beschützerische, starke und, habe ich schon stark gesagt, Typ ist. Sondern er ist halt dadurch, dass er so seit Kindheit so abgeschottet ist irgendwie, hat viel Unsicherheiten. Und auch in Bezug auf Frauen und im Umgang mit Frauen und Liebe und Sex und den ganzen Kram. Und das finde ich, fand ich irgendwie ganz erfrischend mal. Ja. 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 Wenn mal so verletzliche Seiten von Männern gezeigt werden. Genau. Finde ich auch immer gut. Ja. Also ich mochte das ganz gerne. Es hat sich gut lesen lassen. Ja. Ich weiß nicht. Klingt nach so einer Wohlfühlgeschichte. Genau. War auch. Ja. Ja. War jetzt nicht überwältigend gut, aber war jetzt auch nicht schlecht. Ja auch nicht. Ja, schön. Ja, klingt gut. Ja, somit hat Jana ihre Boko-Pulli-Aufgabe erfolgreich gemeistert. Kriege ich jetzt einen Punkt? Mhm. Einen? Ja. Okay. Wieso, wie viele willst du denn sonst haben? Zwei. Ich habe nämlich noch ein Blausbuch gelesen. Nein. Nein. Einer ist mir erstmal genug. Okay. Wie ich ja... Puh. Froh. Froh. Weil ich natürlich die Aufgabe direkt mal nicht erfüllt habe. Tudu. Ich sollte eigentlich ein grünes Buch lesen oder ein Buch mit grünem Cover. Stimmt. Und habe mir alle meine grünen Bücher angeguckt und dachte so... Nein. Keine Lust. Tja, Chance vertan, würde ich sagen, ne? Ja, es sollte nicht sein. Ich wollte einfach nicht. Ne, keine Ahnung. Habe ich keine Lust drauf. Ist halt so manchmal, ne? Ja. Wobei ist das Cover nicht... Achso, ne ist auch blau, ne? Ne ist auch blau, ja. Ich hätte diese Aufgabe auch gut gebrauchen können. Stimmt. Ich hätte auch was Gelbes und was Rotes und was Weißes gehabt. Aber es musste ja ausgerechnet grün sein. Tja, das ist das manchmal. Ich bin ganz gespannt, was wir jetzt für den nächsten Monat würfeln. Ja, ich auch. Aber das machen wir erst an. Ich stelle euch jetzt erstmal mein Hörbuch vor. Tu das. Und zwar war das von Ellen Berg, den lasse ich gleich an. Kein oder ein Single-Roman. Ja, das K steht so in Klammern. Verstehe. Ein. Mhm, genau. Und das Hörbuch ist bei Audible Studios erschienen und ist gelesen von Tessa Mittelstädt. Wer sie kennt, weiß, dass das eine herausragende Sprecherin ist. Ich kenne die nicht. Großartig. Kann ich nur von schwärmen. Okay. Echt toll. Das Ganze ging 7 Stunden 41 Minuten, also nicht besonders lang. Das ist ein kurzer Roman, der in der Printausgabe bei Aufbau erschienen ist. Ah ja. Und Ellen Berg kenne ich auch schon von vorher, weil ich glaube, meine Mutter hatte mir irgendwann mal gesagt, dass die so toll wäre. Da gibt es ganz, ganz viele von denen. Ja. Diese, ich habe so Cover vor Augen und ich finde, die alle überhaupt nicht ansprechen, diese Cover. Die passen auch alle nicht. Nee. Nee, ich glaube, wir haben da letztens ja schon mal drüber gesprochen, dass die alle so Senioren abbilden. Ja. Und es geht nicht um Senioren. Also meine Protagonistin hier, die war jetzt 39. Naja. Das sind alle Senioren. Jetzt spreche ich mich überhaupt nicht an. Finde ich auch nicht. Deswegen würde ich mir die Bücher wahrscheinlich auch nie nach Hause holen. Ja. Als Hörbücher sind sie halt mega. Ja? Ja. Okay. Also es geht hier um die 39-jährige Lulu, die alleinerziehend ist mit ihrer Tochter Lotte. Und ja, die Namen, da muss man sich... Lulu und Lotte. Ja, da muss man sich ein bisschen dran gewinnen. Stimmt schon. Genau. Und Lulu ist Fotografin und lebt gewissermaßen mit ihrer Tochter so von der Hand in den Mund. Also die haben nicht unbedingt viel Geld. Und sie rennt auch immer von einem Ding zum nächsten. Entweder zur Arbeit oder muss sie Lotte irgendwo wegbringen oder abholen. Also es ist halt, würde ich mal sagen, so ein typisches Leben einer alleinerziehenden Mutter. Mhm. Die ein bisschen damit zu kämpfen hat und mit ihren Kräften auch so ziemlich am Ende ist. Und die hat eine etwas skurrile Mutter, die auch nicht Oma genannt werden möchte, sondern cool ist und nicht... Klar. Ne? Natürlich. Ja. Genau. Und diese Mutter beschließt dann irgendwann, weil ihre Tochter ja völlig am Ende ist, dass sie ihr eine Reise nach Mallorca schenkt. Mhm. Damit sie mal Urlaub machen kann. Damit die mal rauskommen. Problem ist, sie bucht ein Familienhotel. Oh. Was natürlich für die beiden... Also ich meine, Lotte findet das ganz toll, weil... Ich habe viele Kinder. Genau, es gibt Kinder, es gibt so einen Junior-Club, wo die dann hin kann und Lulu denkt sich nur, um Gottes Willen, muss ich da zwischen diesen Familien sitzen. Schön. Ja. Genau. Und es ist natürlich, also ich meine, klar hält sie auch Ausschau nach Männern, aber es ist natürlich immer ein bisschen schwierig mit Kind, weil sobald dieses Kind zur Sprache kommt, sind die Männer meistens weg. Hä? Aber in einem Familienhotel? Sind die meisten Männer Väter und vergeben. Ah, bist du? Ah, bist du? Ah, bist du? Korrekt. Und deswegen muss ich auch direkt dazu sagen, diese Geschichte ist super kitschig, super vorhersehbar. Aber halt mega lustig, super unterhaltsam und richtig cool geschrieben, finde ich. Ja. Und das ist zumindest für mich das, was ein gutes Hörbuch ausmacht. Und das ist halt von Tessa Mittelstedt auch grandios vorgelesen. Also die macht da, die spricht Spanisch, die macht einen schwedischen Akzent im Deutschen nach, wie die die ganzen Personen sprechen, ist einfach großartig. Das ist auch ganz toll. Ja. Ich weiß, dass die Bookfriends auch schon von ihr schwärmen, weil die haben nämlich auch die Nightingale-Schwestern gelesen. Ah, okay. Na? Und das, ja. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh, die Nightingale-Schwestern. Die Nightingale-Schwestern. Vielleicht wird das meine nächste Hörbuchreihe. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall hat dieses Buch genau das für mich getan, was es sollte. Ich hatte das sogar beim Frühstück an, was ich normalerweise nie habe, weil ich morgens eigentlich keine Lust habe auf Hörbuch, aber ja. Ja, cool. Konnte damit nicht aufhören. War sehr süchtig danach. Schön. Freut mich. Den lasse ich gleich an. Den lasse ich gleich an. Okay. Ja, die Titel sind auch cool. Ja. Ich habe zum Beispiel auch schon mal Allus Tofu oder was gehört. Die sind so kitschig auch, ne? Die ist auch kitschig. Auch die Geschichte ist kitschig. Ja, das ist ja auch okay, ne? Also wenn man weiß, worauf man sich einlässt, ist das ja auch cool. Aber der Titel... Okay, gut. Lassen wir das so stehen. Ich habe auf jeden Fall noch ein blaues Buch gelesen. Und zwar Knochen Dieben von Margaret Owen. Das ist bei Kasen erschienen und von Henning Ahrens übersetzt worden. Und das habe ich schon im Neuzugänge-Video kurz vorgestellt. Und mach das jetzt nochmal. Echt. Genau. Es geht hier um eine Welt, in der die Menschen in Kasten leben. Und jede Kaste ist irgendwie an einen Vogel angelehnt. Es gibt Phönixe, Habichte, Schwäne, Pfauen und auch Krähen. Und wir begleiten hier Stur. Die ist eine junge Hexe aus der Krähenkaste. Die Krähen sind allerdings so ein bisschen der Abschaum der Gesellschaft. Also es ist so, dass alle Kasten oder alle Menschen aus Kasten so bestimmte Eigenschaften haben. Und teilweise sind das halt auch wirklich Hexer oder Hexen. Dann haben die bestimmte Fähigkeiten. Phönixe offensichtlich irgendwas mit Feuer. Faun. Ich glaube, Faun waren das, die irgendwas mit Wahrheit machen können. Und dann gibt es noch... Keine Ahnung. Ich weiß es schon gar nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall sind die Krähen diejenigen, die oft als Knochendiebe auch so ein bisschen bezeichnet werden. Weil die Hexer aus der Kaste mit den Knochen von anderen Kasten zaubern können. Dann können die zum Beispiel mit einem Phönixknochen oder einem Phönixzahn Feuer entfachen. Oder mit einem, ich glaube, Schwalbenzahn sich tarnen. Oder solche Geschichten. Und wie gesagt, Krähen leben so ein bisschen am unteren Ende der Gesellschaft und haben keine eigenen Bleiben. Und sind immer in so Rotten, so kleinen Gruppen unterwegs und ziehen durch die Welt. Und müssen die Sündenseuche einlernen. Die sind nämlich die einzigen Menschen, die gegen die Sündenseuche immun sind, die auf der Welt wütet. Und immer wenn irgendwer in irgendeinem Dorf infiziert ist, werden halt Krähen gerufen, damit die die Leichen verbrennen und abholen. Damit die Krankheit sich halt nicht ausbreitet. So. Und eines Tages wird Stur mit ihrer Rotte zum Königspalast gerufen, weil sie den Königssohn und dessen Leibwächter holen sollen. Und dann bricht ein großes Abenteuer los und das verändert sich für Stur und ihre Rotte plötzlich alles. Und alles wird in Frage gestellt. Und ja, es wird sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und ich mochte das unglaublich gerne. Ich fand das Worldbuilding echt super gut. Ich fand das sprachlich super gut. Ich mochte total die ganzen Charaktere. Stur ist natürlich eine Protagonistin, die mir persönlich total zusagt, weil sie halt genauso ist, wie der Name es verspricht. Und ja, es gibt ganz viele ganz tolle Namen auch. Scheusal, Dreckskerl, Galgenstrick, Wirk. Ja, die haben alle ganz coole Namen und es hat mich total in den Bann gezogen. Und ich möchte unbedingt Bann 2 lesen. Krähenzauber heißt der. Ja. Ja, schön. Ja, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das Cover auch immer noch cool. Ich auch. Ja, und die Geschichte interessiert mich auch immer noch. Ja, ich kann sie auch nur empfehlen. Ach, guck mal, ich habe das da falsch rum reingemacht. Ja. Ja. Ich kann es nur sehr empfehlen. Das ist echt cool. Irgendwann, wenn ich mal nichts mehr zu lesen habe, melde ich mich. Ich habe das Gefühl, es gibt es ja schon relativ lange. Ich glaube, 2019 oder so ist das erschienen. Und ich habe das Gefühl, es ist untergegangen. Es hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient in meinen Augen. Hm. Ja. Ich weiß, das habe ich aber auch in dem letzten Video schon gesagt. Ich habe das auf der Frankfurter Buchmesse oft gesehen. Ja. In dem einen Jahr. Super cool ist das. Ja. Gut. Yes. So, mein letztes Buch, das ich heute... Haben wir schon öfter gezeigt. Haben wir schon öfter gezeigt, habe ich heute Morgen endlich mal beendet. Und zwar von Anna Burns Milchmann. Bei Tropen erschienen und von Annalina Kroll ins Deutsche übertragen. Und sie hat dafür auch den strahlenden Übersetzerpreis gewonnen. Und dieses Buch hat 2018 den Man Booker Prize gewonnen. Mhm. Viele, viele Preise. Viele, viele Preise, genau. Und ich finde irgendwie auch zu Recht. Okay. Aber da komme ich gleich noch zu. Okay. Zum Inhalt lese ich euch jetzt einfach nochmal den Klappentext vor, weil viel mehr darf ich gar nicht sagen. Und zwar geht es hier um eine junge Frau, die zieht ungewollt die Aufmerksamkeit eines wesentlich älteren Mannes auf sich. Plötzlich wird über sie geredet und das ist gefährlich. Denn hier in dieser namenlosen Stadt werden aus Gerüchten unversehens Tatsachen. Ja, genau so ist es auch. Die namenlose Stadt ist nicht die einzige, die namenslos bleibt hier in diesem Buch, denn es hat wirklich niemanden Namen. Und zwar werden die Leute auch als ältere Schwester oder als Schwager 1, 2, 3 bezeichnet oder so. Also es ist, sie verzichtet hier wirklich komplett auf irgendwelche Namen. Was, wie ich dann in Rezensionen gelesen habe, die ganze Geschichte so ein bisschen universeller machen soll. Ein bisschen allgemeingültiger. Mhm. Ein bisschen zeitlos wirkt auch alles. Mhm. 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 Und? War es so? Ja. Also erstmal fand ich es total interessant, dass man immer so häppchenweise über die politische Lage aufgeklärt wurde und die Geschichte. Und ich war irgendwie die ganze Zeit so sehr damit beschäftigt, irgendwelche Informationen aus diesem Text zu filtern, die mir sagen, wann das Buch spielt. Okay. Aber soll es ja nicht. Nee. Aber ich finde, dafür wurden ganz schön viele Fakten eingestreut, die darauf hindeuten und diese ganze politische Situation so sehr in Augenschein nehmen. Weil es geht hier halt um den Nordirland-Konflikt auch. Und ich meine, ich habe mich schon drumherum, da habe ich halt ein bisschen auch mal recherchiert, weil ich das Gefühl hatte, dass mir ganz viel Hintergrundwissen fehlt zu diesem Buch. Weil es gibt dann auch zum Beispiel die Verweigerer und dann gibt es die Staatsbefürworter. Sehr schwer da durchzusteigen, fand ich. Und ich finde, wenn man möchte, dass das Buch nicht so in einer Zeit verankert ist. Dann sollte man das lassen? Dann sollte man nicht den hauptsächlichen Teil darüber machen. Das spielt also auch eine große Rolle tatsächlich, diese politische Geschichte. Ja, ich war leider die ganze Zeit so sehr damit beschäftigt, da irgendwie dahinter zu steigen, was das Ganze soll und so. Und habe dann so ein bisschen, glaube ich, die eigentliche Geschichte, beziehungsweise, also ich habe die eigentliche Geschichte ein bisschen aus den Augen verloren, glaube ich. Und dadurch wurde mir auch so ein bisschen genommen, mit der Protagonistin mitzufühlen. Okay. Und das ist eigentlich, finde ich, das Wichtige in diesem Buch. Dass nämlich wirklich aus Gerüchten, die hier gestreut werden, Sachen entstehen, die wirklich fürchterlich sind für die Protagonistin. Aber irgendwie habe ich nicht mit ihr mitgefühlt. Hm, das ist echt doof. Ja. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem, dass die keinen Namen hat. Also ich finde, so Namen machen ja viel für die Persönlichkeit auch aus, ne? Das kann gut sein. Ja. Was ich aber cool fand, war hier wirklich der Schreibstil. Also die Sätze sind sehr, sehr lang, sehr verschachtelt. Da wird sehr viel noch nach und reingeschoben. Und ich finde übrigens, das ist eine wahnsinnige Übersetzungsleistung hier drin. Also dass man die Sätze so ins Deutsche rüberholt, dass man da auch wirklich noch gut folgen kann und nicht eben, wenn man völlig den Faden verliert. Und sie hat halt auch genau das geschafft, was diese Sätze, glaube ich, bewirken sollen, nämlich das Erzähltempo schnell zu machen. Weil wenn du die Sätze nämlich zu langsam gelesen hast, dann musstest du wieder von vorne anfangen, weil du vergessen hast, worum ging es denn in diesem Satz nochmal. Okay. Also das hat mich zum Beispiel dazu getrieben, immer wenn ich eingestiegen bin, wirklich relativ schnell durch den Text zu fliegen. Einfach, damit ich den Satz überhaupt noch irgendwie, damit ich irgendwie eine Chance hatte, den zu verstehen. Genau. Und das fand ich hier halt echt beeindruckend, wie das gemacht wurde. Es geht vor allem auch darum, dass sie durch diese ganzen Gerüche, Gerüchte so sehr zum Spiel bei der Gesellschaft wird. Mhm. Dass die Gesellschaft ihr irgendwas andichtet, was gar nicht so ist, aber was dann irgendwie zu einer Tatsache wird, weil sie sich gar keine Chance hat, sich anders zu verhalten. Okay. Und das war auch super interessant gemacht. Deswegen bin ich hier so ein bisschen zwiegespalten, was das Ganze angeht, wie ich das bewerten soll. Mhm. Also ich glaube, wahrscheinlich hätte ich es gut gefunden, wenn da ein bisschen weniger Anspielungen auf die politische Situation gewesen wären. Und das hat sich dann zwischendurch doch für mich schon sehr gezogen, fand ich. Ja. Okay. Kann man auf jeden Fall viel darüber sagen. Ich verstehe, warum es die Preise gewonnen hat. Mhm. Aber ich musste mich teilweise auch leider ein bisschen durchquellen. Tja. Aber am Ende bin ich ganz froh, dass ich es gelesen habe. Das ist doch gut. Einfach für den Schreibstil auch, ne? Ja. Also ich meine, ich lese ja oft und gerne auch Bücher, die mir einfach vom Schreibstil her was geben. Und das fand ich echt richtig gut gemacht hier. Schön. Ja. Gut. Okay. Dann zeige ich noch mein letztes. Da sage ich auch gar nicht mehr viel zu. Aber es darf ja, also ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen in diesem Video. Es vergeht bei uns kein Video, in dem wir nicht Sarah J. Maas erwähnen. Ich habe nämlich angefangen, Throne of Glass nochmal von vorne zu lesen. Und zwar habe ich zum Geburtstag die Miniaturausgaben bekommen auf Englisch. Ihr seht die vielleicht auch neben Jenny da im Regal liegen. Und ja, ich hatte dann so Lust nochmal von vorne anzufangen und habe dann halt mir vorgenommen, die Reihe nochmal auf Englisch zu lesen. Und ich merke, dass mir das total Spaß macht. Vor allen Dingen war ich jetzt, da ich ja alles schon gelesen habe, so Hinweise finde im Text, die mir vorher natürlich einfach durchgegangen sind, weil ich noch nicht wusste, worauf es hinausläuft, was für Leute da noch eine Rolle spielen werden und so. Und ja, es macht total Spaß, das nochmal zu lesen. Mehr sage ich da auch gar nicht, muss ich auch nicht, glaube ich. Ich finde es total faszinierend, wie man einfach so eine riesenlange Geschichte in so ein winziges Büchlein packt. Ja, aber die Seiten sind auch wirklich so bibelmäßig dünn und auch sehr klein beschrieben. Aber schön gemacht. Aber es ist total schön gemacht von innen und es ist nicht zu klein. Also ich finde, man kann es trotzdem noch angenehm lesen. Ich kann es ja mal zeigen. Es ist halt auch in jedem Buch ein Charakter immer farblich hervorgehoben, immer wenn der im Text erscheint. Und in diesem Buch ist es Selina. Die hat Rift Hold Violet als Farbe. So, so. Und dann kriegt im nächsten Buch Dorian, glaube ich, dann Rot oder so. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall echt schön gemacht und es macht mir total Spaß, das jetzt nochmal von vorne zu lesen. Ich finde es ganz toll. Und ich bin wirklich beeindruckt, wenn ich jetzt so diese ganzen Hinweise sehe, die sie so von Anfang an streut, wenn ich mir überlege, dass sie ja mit 16 angefangen hat oder so. Da muss sie ja am Anfang schon sehr, sehr viel ausgearbeitet haben, was erst viel später passiert. Finde ich schon ganz schön beeindruckend. Ja, dann kannst du ja zusammen mit mir im Februar Band 2 lesen. Ich lese es in der großen Ausgabe und du liest es in der kleinen Ausgabe. Das wäre schön. Wahrscheinlich ist Jana trotzdem wieder schneller durch als ich. Ja. Und hat dann auch schon Huckzuck Band 3 und 4 gelesen? Nee, mal gucken. Also ich hatte jetzt gerade, habe ich schon Bock, sofort weiterzulesen. Aber ich meine, ich kann ja jetzt nicht wieder alle 8 Bücher am Stück lesen. Also ich könnte schon auf der anderen Seite auch nicht, aber gut. So, lassen wir das und machen jetzt weiter mit unserer Buchholung. Ja. Also, Jana hat einen Punkt gewonnen im Januar. Yay. Ich leider nicht. Aber ich bin schon ganz gespannt, was die nächste Aufgabe sein wird. Oh ja. Ja, deswegen schalten wir jetzt mal rüber zum Müffelbrett. Viel Spaß. Okay, dann gucken wir mal. Du standst beim letzten Mal auf Cover mit grün und ich auf Cover mit blau. Ich wüffel zuerst? Du wüffelst zuerst. Okay. Zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das ist ja spannend. Okay, Cover mit schwarz. Ja. Da fallen mir spontan, was fällen wir denn da ein? The Atlas Six zum Beispiel. Ach, guck. Es ist auf jeden Fall ja eine gute Aufgabe, weil die sehr breit ist. Total. Sehr offen. Ich habe viele Bücher, glaube ich. Viele dunkle Bücher. Das ist doch gut. Ja. Ich glaube, da habe ich... Bist du nicht so eingeschrieben. Genau. Ich habe eine große Auswahl. Ja, dann gucken wir mal bei mir, was daraus wird. Mhm. Das ist mal. Eine Drei. Setzt du mich weiter vor? Mhm. Eins, zwei, drei. Hm, Billigexemplar steht da. Das heißt, ich werde ein Billigexemplar lesen von Leuten, die mir ein Billigexemplar geschenkt haben. Korrekt. Von anderen ÜbersetzerInnen. Da hast du doch bestimmt auch ein paar im Regal stehen. Da habe ich ein paar im Regal stehen, auf jeden Fall. Ja, alles klar. Irgendwie komme ich nicht so richtig gut voran hier, ne? Du, ja. So kleine Zahlen würfelst. Ja. Naja. Ja, cool. Auf jeden Fall haben wir so die nächsten zwei Aufgaben für Februar. So ist es. Gut. Okay. Schalten wir zurück. Da sind wir wieder. Ja. Ihr habt gesehen. Ich habe ein Cover mit Schwarz gewürfelt. und habe sofort an Atlas Six gedacht. Mal gucken. Ich habe auf jeden Fall auch noch einiges andere im Superregal stehen, was da zu passen könnte. Ich glaube, das wird schon. Ja. Ich meine, du hast mir doch hier Soulbird oder wie das heißt auf die 12-Books-Liste gesetzt. Das wäre auch schwarz. Stimmt. Schauen wir mal. Ach, schwarz findet ja, die findet man ja ganz viel. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Nee, würde ich mir die auch nicht machen. Genau. Ja, ich bin auch in Riesenschritten vorangegangen, wie ihr gesehen habt. Und bin auf Belegexemplare gelandet. Und ich denke mal, könnt ihr mir vorstellen, dass ich mir Farben der Tiere durchlesen werde. Das von George Orwell, der Klassiker, den hat mir nämlich die Übersetzerin Heike Holsch geschenkt. Und der steht sowieso noch auch auf meiner Rache bis Ende Februar. Von daher würde sich das anbieten. Ja. Aber ansonsten habe ich natürlich auch noch ein paar andere Belegexemplare. Muss ich mal gucken, worauf ich so Lust habe. Irgendwas ist bestimmt dabei. Ja. Du musst ja jetzt auch aufholen. Ich habe vorgelegt. Mhm. Was ist unser Gewinn am Ende des Jahres? Es wurde ja vorgeschlagen, dass wir eventuell zusammen ins Kino gehen oder dass die andere ein neues Buch kriegt. Wow. Und erholen die Schlüsse. Ja. Also das wäre ja cool. Irgendwas Schönes machen wir schon. Ja, genau. Okay. Das können wir auch Ende des Jahres noch festlegen. Ja, ich will mich da auch jetzt noch nicht entscheiden. Irgendwas kriegt die Gewinnerin. Ja. Okay. Genau. Was habt ihr denn so im Januar gelesen? Seid ihr auch so motiviert ins neue Jahr gestartet wie wir? Erzählt es uns gerne. Genau. Und dann wünschen wir euch viel Spaß mit euren Büchern im Februar. Genau. Und sehen uns im nächsten Monat wieder. Alles klar. Und im nächsten Video vorher noch. Natürlich. Es vor allem noch ein paar Videos sehen. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Vielen Dank.